Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute begrüßen wir Sie zur Erstausgabe von DaniLingua Live. Unser Leben ist schnell geworden. Wir stehen immer mehr in der Öffentlichkeit, sollen präsentieren, auf einmal auch im Job. Im Verein steht die nächste Rede an und nicht jeder weiß, wie er das souverän meistern soll. Deswegen habe ich mir heute zum Thema freie Rede einen Studiogast eingeladen, der dieses Thema nicht nur lebt, sondern mittlerweile auch zu seinem neuen Beruf gemacht hat. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Moderatorin, Schauspielerin und Coach Margit Liewatz. Hallo. Herzlich willkommen. Danke. Was genau bieten Sie denn an? Was erwartet mich? Und vor allen Dingen, wie gehe ich hinterher aus so einem Coaching wieder raus? Also es kommt wirklich ganz darauf an, was der Kunde sucht. Also manche sagen auch Rhetorik, ich mag lieber gern erstmal ein Einzelcoaching haben und nicht gleich in der Gruppe. Manche haben Scheu, sich da vermeintlich bloßzustellen. Also ich biete Einzelcoachings an, ich biete aber auch Rhetorikseminare an oder für Menschen, die immer mehr auch mit dem Medium Film, Fernsehen zu tun haben, eben auch Medientrainings, dieses Fernsehthema. Und je nachdem, was eben der Kunde für ein Anliegen hat, kann ich dann eben unterschiedliche Angebote machen. Und wie geht es dann vor sich? Was erlebt der Zuschauer? Ist das so eine Situation Schüler-Lehrer-Verhältnis? Das möchten bestimmt nicht viele gerne nochmal erleben. Was passiert da mit mir, wenn ich bei Ihnen diesen Kurs besuche? Also ich verstehe mich so ein bisschen auch wie so eine Geburtshelferin, die dem Kunden oder dem Coach ein bisschen mehr von sich selber zeigt. Das funktioniert am besten mit Videoanalyse, denn nur, wenn sich jemand im Bild mal sieht, im bewegten Bild und auch hört, wie er spricht, wie sich die Stimme anhört, wie er sich bewegt, was für Gesten, was für Mimik er benutzt, kann er sehen, wie er von außen wirkt und dann eben auch daran arbeiten, das umzusetzen und das zu verbessern, zum Beispiel in der Gestik, in der Haltung, in der Mimik einfach. Ach, das heißt, das Feedback kommt ja gleich. Sie haben also quasi immer den Vorher-Nachher-Vergleich oft noch am selben Tag. Ja, definitiv. Das ist bestimmt ein ganz wunderbares Gefühl. Ja, es ist auch spannend für beide Seiten. Also auch die Kunden, die zum Beispiel im Einzelcoaching zu mir kommen, können beispielsweise direkt nach den zwei Stunden ihre Begrüßungsansprache halten. Und das sind dann so die sogenannten Gänsehaut-Momente, die ich auch besonders liebe auf Kundenseite und bei mir, wenn ich merke, der Mensch ist genau authentisch, er weiß, was er sagen will und er vermittelt das entsprechend und fühlt sich wohl dabei. Das ist ja das Allerwichtigste, dass man rausgeht und sagt, ich habe wirklich was mitgenommen, was man, also wenn man das wünscht, auch wirklich mit einem fertigen Produkt schon bei Ihnen rausgehen kann. Herzlichen Dank für diese ausführliche Erklärung. Und wenn es jetzt unsere Zuschauer kaum noch auf ihren Plätzen hält und Sie zum Telefon oder zum Computer stürmen möchten, Frau Leberts-Mee, kann man denn mit Ihnen in Kontakt treten? Unterschiedlich natürlich. Heutzutage auf jeden Fall per E-Mail an kontakt.margeleberts.de. Ich habe natürlich auch Websites. Am besten, was den Bereich Coaching abdeckt, ist www.freireden-lernen.de. Oder eben auch telefonisch. Also alle Kontaktdaten stehen natürlich auch auf meiner Website. Vielen Dank, Frau Leberts. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einige Anregungen geben und blenden gerne nochmal die Internetadresse ein. Dort finden Sie auch alle Termine und Informationen zu den aktuellen Seminaren und Workshops von Frau Leberts. Vielen herzlichen Dank und danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und zugeschaut haben bei DaniLingua Live. Haben auch Sie eine interessante Geschichte? Haben wir Sie neugierig gemacht? Möchten Sie sich gerne einmal selbst präsentieren hier auf dieser Plattform bei DaniLingua Live? Vielleicht auch im Rahmen eines Interviews? Dann schreiben Sie uns ins Studio. Unter www.danilingua.de finden Sie alle Kontaktdaten. Die E-Mail-Adresse blenden wir Ihnen noch einmal ein und sagen an dieser Stelle auf Wiederschauen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.